Es ist Weintienstag. Ich hasse diesen Tag. Es ist jedes Jahr das Gleiche. All diese Herzen und Ballons machen mich krank. Aber dann kam Mr. Right ins Klassenzimmer. Ich kann es nicht glauben. Das ist mein Traum, Mann. Er ist perfekt. Ich habe hier irgendwo ein Weintiensgruß versteckt. Levy! Levy! So wird das nichts. Also, wer will an die Tafel kommen? Levy! Ich! Na los! Muss ich das alles lösen? Ja. Ich verstehe gar nichts. Hilft mir! Ich verstecke mich. Ich liebe dich. Danke. Okay. Ich bin fertig. Was? Levy, soll das ein Joke sein? Du kriegst eine Sechs. Ich kann dir aber eine bessere Note geben. Aber nur heute. Das war witzig. Hm. Hm. Levy ist ein Loser. Oh nein. Du bist der Beste. Siehst du? Hm. Oh. Nicht übel. Hey, Levy. Wow. Er liebt auch BTS. Und er liebt Dynamite. Genau wie ich. Ich hab ne Idee. Wir geht deinen Marker in Rosas Schaumgummi ein. Fügt auch eine Schnur hinzu. Ihr braucht auch ein Dekoband. Befestigt eine herzförmige Karte. Ich schreib mein Geständnis an die Tafel. Ich schreib den Text von unserem Lieblingslied. June. Ups. Du magst dieses Lied? Ja. Ich mag es auch. Lass uns tanzen. Zusammen wie BTS. Alex, was soll ich tun? Ich mag Levy so sehr, dass ich sogar ein Tagebuch für ihn gemacht hab. Aber er bemerkt mich nicht. Befestigt ein Blatt weißes Dekopapier auf dem Einband eines Notizbuchs. Schneidet Ich liebe dich aus metallischer Pappe mithilfe einer Schablone aus. Klebt es auf das weiße Papier. Hübsches Tagebuch. June. Ich hab ne Idee. Ich werd dir helfen. Oh, June. Du bist die Liebe meines Lebens. Wollen wir zusammen sein? Oh, Alex. Es läuft super. Er sieht mich an. Was? Steht sie auf Alex? Diese Pralinen sind für dich. Alex? Was ist denn hier los? Penny. Es ist nicht so, wie du denkst. Was soll das? Das passiert immer. Er ist unglaublich. Ich muss etwas tun. Ich brauch Hilfe von Amor. Der ist toll. Oh, das Geld reicht aber nicht. Ich muss ihn anheuern. Hast du mich gerufen? Wer ist das Ziel? Er ist da drüben. Du musst den Fahrers bezahlen. Ups. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab aber einen Huhn. Was? Oh. Oh nein. Du hast ihn verfehlt. Ich kümmere mich darum. Diese Pfeile sind sogar besser als meine. Formt dein Herz aus Fimo. Mach drei Löcher mit einem Stift. Lass es 24 Stunden lang aushärten. Malt die Bleistifte gold an. Schneidet Federn aus Schaumgummi aus. Und klebt sie auf den Bleistift. Fügt auch Schnitte hinzu. Bestreicht das trockene Herz mit Gelnagellack. Und trocknet es eine Minute lang unter einer UV-Lampe. Steckt die Bleistifte in den Halter. Volltreffer! Was war das? Ups. Äh. Miss. Das kommt vor. Bye. Was? Oh nein. Leute. Der Unterricht ist vorbei. Ihr dürft gehen. Habt einen schönen Weintienstag. Wie soll ich Levi sagen, dass ich ihn mag? Ich weiß. Ich werde eine Überraschung machen. Ich muss nur auf ihn warten. Wo ist der? Da ist der ja. Überraschung. Das ist wirklich eine Überraschung. Ups. Und das ist ein besonderer Besen. Viel Spaß beim Saubermachen. Ich gebe ihm die, wenn der Unterricht vorbei ist. Was? Haben die anderen Mädchen auch Karten für Levi? Ich werde die Konkurrenz aus dem Weg räumen. Klebeband wird mir dabei helfen. Oh. Penny ist auch nicht mehr im Spiel. Oh Levi. Bald ist der Unterricht vorbei. Das ist meine Chance. Meine Haare. Was zum... Oh, June. Sie soll das Bild von ihr nicht sehen. Hast du ein Radiergummi? Ja, klar. Schneidet ein Radiergummi entlang einer Schablone zu. Und schneidet ihn in zwei Hälften. Setzt eine Augennadel mit einer Kette ein. Aber Levi hat das Symbol nicht bemerkt. Und fast alles ausradiert. Danke, June. Oh nein. Mein Herz ist gebrochen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Aber was reint sich auf? Ich liebe dich. Kannst du damit aufhören? Das lenkt total ab. Sorry. Ich verschwinde. Hey, was ist denn los? June, June. Bist du mit deinem Test fertig? Was? Haben wir einen Test geschrieben? Alex, die Zeit ist um. Ich hoffe, alles ist richtig. Ich werde sie korrigieren. Alex, du wirst immer besser im Raten. Was? Ist das ein Liebesgeständnis? Wie romantisch. Da heute Valentinstag ist, bekommst du eine romantische Note. Levi, du bist so toll. Oh, danke. Das war's. Es reicht. Ich will nicht mehr leiden. Es wird keine Hochzeit geben. Ich werde Levi aus meinem Herzen streichen. Und aus meinem Notizbuch. Aber er ist so süß. Hi, June. Oh, Levi. Hi. Vielleicht ist es doch noch nicht vorbei. Sogar diese Korrekturflüssigkeit glaubt an unsere Liebe. Füge Lebensmittelfarbe zur Korrekturflüssigkeit hinzu. Befestige dein Etikett. Verzieht die Flasche mit Flügeln. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Oh, Levi. Also, schreib das heutige Thema auf. Moment. Sorry. Oh, Levi. Warte bis zum Ende der Stunde. Du bist so ungeduldig. Wer ist da? Levi. Wir lieben dich. Oh, peinlich. Der Unterricht ist vorbei. Oh, pass doch auf. Levi. Ich habe etwas für dich. Hey, Levi. Oh, Mann. June. Warte. Das ist für dich. Willst du meine Freundin sein? Oh, Levi. Das ist das perfekte Paar. Füge Lebensmittelfarbe zur Sprite hinzu. Sogar ihr Getränk ist etwas Besonderes. Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, welche Szene ihr am besten fandet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Wir freuen uns. 치